Herzlich willkommen zum wohl chaotischsten, herzlich willkommen zu der wohl chaotischsten Podcastaufnahme, die ihr bisher in eurem ganzen Leben gehört habt. Das hier ist komplett spontan. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier werden soll. Julia hat sich spontan überlegt, sie möchte nachher zu Ikea fahren, deswegen nehmen wir jetzt schon ein bisschen früher auf. Ey, sorry Joey, aber Entschuldigung, das ist wirklich nicht der Grund. Das ist ja sowas von asozial jetzt gerade. Julia, ich bin gerade so ein bisschen passiv-aggressiv wegen deiner Ausreden, warum wir den Podcast jetzt früher aufnehmen müssen, deswegen musst du das jetzt leider hinnehmen. Also erstens nehmen wir den Podcast gerade fünf Minuten früher auf, als wir ursprünglich ihn aufnehmen wollten. Das ist fünf vor elf. Das Ding ist halt, ich habe in der Zwischenzeit zwischen zehn und jetzt gerade ungefähr dreimal die Zeit umgeswitcht, wann wir aufnehmen, weil ich ein bisschen im Stress bin, weil ich spontan einen Termin beim Arzt bekommen habe und den halt wahrnehmen muss, weil ich sonst das nächste halbe Jahr keinen fucking Termin bei meinem Arzt bekomme. Warum ist das so? Also wir mögen nicht drüber reden, was für ein Arzt das ist oder wie? Achso, doch, ich gehe zum Frauenarzt. Und da kriegt man so schnell keine Termine oder wie? Also da kriegt man so selten Termine. Ne, meiner ist immer voll, immer voll. Wirklich, absolut absurd. Ich muss drei Monate vorher Termine machen. Das Problem ist, dass ich ja so viel unterwegs bin und so spontan auch immer bei mir ja irgendwie neue Events oder Termine oder sowas kommen, dass ich solche Arzttermine nicht so weit im Voraus machen kann, weil ich sie immer absagen muss. Immer. Egal. Egal, was ich mache, ich muss sie immer absagen. Ja, okay. Und jetzt warst du schon drei Jahre nicht mehr, der eine Mumu kontrolliert und deswegen dachtest du dir so, komm, heute ist endlich der Tag. Genau, und langsam kommt da halt so grüner, so grünes Sekret raus. Genau, so grünes Sekret mit so ein bisschen flauschigen Schaum, weißt du? Ja, flauschiger Schaum. Ich glaube, das ist falsch. Vor allem, das Krasse ist ja auch, das sprüht so raus, ne? Das ist jetzt wie so eine Sprühflasche kommt das dann auf einmal immer raus, ohne dass es sich ankündigt. Ja, genau, das ist wie, ich bin auch krank. Es ist wirklich alles schlimm. Hä, wann bist denn du krank geworden? Wir haben uns doch gestern noch gesehen. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich nicht krank, aber ich huste auf einmal. Es passiert aber auch erst, seit wir diese Aufnahme gestartet haben. Davor habe ich nicht gehustet. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Aber erst mal, ich bin krank. Jürgen, darüber macht man keine Witze. Krank sein ist ganz schlimm. Ich habe viel Erfahrung damit. Bei mir passiert es ungefähr alle fünf Wochen. Ja, aber hä, wenn ich so huste, das ist doch krank, oder nicht? Naja, kommt drauf an, ob du dich jetzt an deiner Spucke verschluckt hast oder ob du hustest, weil der Hals so trocken ist. Ne, also ich habe mich nicht an meiner Spucke verschluckt, das weiß ich. Aber was es sonst ist, weiß ich nicht. Ist auch scheißegal. Ist auch scheißegal. Jedenfalls sind wir hier. Ich freue mich. Und ich bin gerade richtig lost irgendwie. Also bei mir ist es halt immer noch so, ich habe gerade noch so einen hohen Stresspegel, dass ich mein Herz noch spüre, weil ich gerade ungefähr 15 Minuten lang irgendwelche scheiß Kabelkopfhörer gesucht habe, weil ich gemerkt habe, dass meine AirPods leer sind und sie aber nicht gefunden habe in diesen 15 Minuten. Und jetzt mit einem AirPod mit dir rede und es ist ganz, ganz komisch, weil ich höre mich so viel lauter als dich und du bist nur so ein ganz, ganz kleines Mini-Stimmchen in meinem Ohr und es ist voll anstrengend zuzuhören. Naja, aber mach doch einfach den Ton lauter. Nein, das ist aber dann irgendwie trotzdem komisch. Ist egal. Julia, ich habe eine Beobachtung für dich, mit der ich eigentlich diese Folge starten wollte. Warum habe ich eigentlich immer noch diesen Flamingo auf dem Kopf? Können wir mal kurz darüber sprechen? Ich finde es auch lustig, dass ich dich noch nicht mal gefragt habe, warum du den auf dem Kopf hast. Ja, stimmt eigentlich. Ich lasse ihn jetzt einfach. Ich finde ihn eigentlich ganz süß. Ja, und woher ist der? Von Silvester oder wie? Ne, meine Schwester hat, also ich bin gerade bei meiner Schwester zu Hause in ihrem Zimmer und ich habe den gerade so da liegen sehen. Ich glaube, das ist ihr Karnevalskostüm. Übrigens, Joey, ich habe jetzt klargemacht, dass wir an Karneval als Teletubbies gehen. Ich werde diese Kostüme bestellen und du, Wolfgang, ich und irgendeine andere Person, ich weiß noch nicht wer, werden zusammen als Teletubbies gehen. Das ist Gesetz jetzt. Okay. Ich habe aber noch gar nicht mit dir drüber geredet, ob ich Karneval feiern möchte, Julia. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ähm, doch. Ich habe noch nie Karneval gefeiert, obwohl ich, das ist jetzt mein... Ja, dieses Jahr musst du. Das ist jetzt mein sechstes Jahr in Köln und ich habe noch nicht ein einziges Mal Karneval gefeiert und ich habe das Gefühl, dass ich dazu bestimmt bin, nicht Karneval in Köln zu feiern, weil ich vielleicht sonst wegziehen muss. Nein, nein, nein. Dieses Jahr musst du es einmal mitmachen. Außerdem haben wir da einmal schon drüber geredet. Ich erinnere mich da dran. Ich habe dir schon von der Idee mit den Teletubbies erzählt und du warst down. Du hast sogar schon gesagt, welcher du bist und welcher Wolfgang sein würde. Und was war das nochmal? Ja, habe ich vergessen. Ich glaube, Wolfgang wollte Tinky Winky sein. Ich habe gesagt, zu Wolfgang passt Tinky Winky am besten und zu dir passt auf jeden Fall Po am besten und du wolltest auch Po sein. Genau, du bist Lala. Ja, ich bin Lala, das stimmt, ja. Genau. Wir brauchen nur noch einen Dipsy. Dipsy ist ein bisschen zu abgespaced für mich, das passt nicht so ganz. Wer ist Dipsy nochmal? Ist Dipsy der Grüne oder der Lina? Dipsy ist der Grüne. Sind das eigentlich, haben die Geschlechter oder ist das einfach das Grüne, Teletubby? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber für mich waren immer Tinky Winky und Dipsy waren immer Jungs. Lala war ein Mädchen und Po war ich mir nie sicher. Po war einfach ein Po. Warum heißt das Vieh eigentlich Po? Wie kann man das, das hätten die doch im Deutschen umbenennen müssen. Ich habe letztens herausgefunden, das ist jetzt bestimmt voll nerdig für dich und du hast keine Ahnung, was das ist. Es gibt doch diese Anime-Serie One Piece, ne? Hast du davon schon mal gehört? Ja, habe ich, weil doch jetzt irgendwie so eine Real-Life-Serie davon auf Netflix ist oder so, oder? Genau, die kam jetzt raus und übrigens, ich glaube, das ist die Netflix-Produktion, die am allermeisten gekostet hat bis jetzt. Also es ist die höchst kostspieligste Netflix-Produktion ever. Und als ich jetzt im Flugzeug war, als ich von den Philippinen nach Hause geflogen bin, dachte ich mir, komm, fängst du das jetzt auch mal an. Weil ich früher als Kind, wenn ich von der Schule gekommen bin, habe ich natürlich immer RTL 2 geguckt und da lief auch immer One Piece. Und ich habe das als Kind echt gerne geguckt, aber habe jetzt auch nicht so eine deep Connection dazu, jetzt zu Pokémon oder Digimon oder so, wo ich wirklich jeden Theme-Song auswendig mitsingen konnte und auch immer noch kann. Und deswegen dachte ich mir so, komm, ich gucke mir das jetzt mal an und es ist mir aufgefallen, dass die, ich habe es im Englischen geguckt, weil irgendwie ich auf den Philippinen nur auf Englisch das runterladen konnte auf Netflix und die haben ganz andere Namen auf Englisch als auf Deutsch. Also irgendwie der Hauptprotagonist heißt im Deutschen Monkey D. Ruffy und im Englischen heißt der Monkey D. Luffy. Wo ich mir denke, hä, warum jetzt für das Deutsche aus Luffy Ruffy gemacht, verstehe ich gar nicht. Das ist halt wirklich komplett unnötig, da einen Namen zu ändern. Und der andere heißt zum Beispiel auf Englisch Usopp und auf Deutsch heißt der Lysop. Hä? Das macht gar keinen Sinn, das ist so nah beieinander. Dann nennen die doch Ulf oder Torben oder sowas, aber warum nur so zwei Buchstaben ausgetauscht? Ulf oder Torben. Und da denke ich mir halt auch so, wenn die das bei so kleinen Sachen schon machen, wieso haben die dann, als sie die Teletubbies eingedeutscht haben, wieso haben die dem dann nicht einfach einen normalen Namen gegeben, sondern Po? Oder vielleicht ist das ja sogar der deutsche Name. Ich finde Po eigentlich mega süß. Ich finde es eigentlich super süß. Aber ich finde es schon ein bisschen befremdlich, so ein Kinderviech Po zu nennen. Warum heißt das? Dann hätte man den anderen auch Pimmel oder Mumu nennen können. Ich weiß nicht. Oh, ja, okay, chill. Ja, oder? Ich finde Po immer noch ein bisschen harmloser als Pimmel. Ich hätte dann eben Pipi oder sowas. Tschindollerhahn. Äh, Pipi gibt's doch. Pipi Landstrumpf. Ja, okay. Naja, anderes Thema. Wie heißt die eigentlich? Also ist das ihr Name oder ist das so eine Kurzform Pipi, oder? Pipi? Heißt die nicht Pipi Lotta Ramazotta und dann kommen da noch 10.000 Namen? Ja, Pipi Lotta, irgendwas mit Viktualia. Ja, wenn du es nicht weißt, du ja halt einfach die Fresse Cordula. Aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob Po eigentlich nur im deutschen Po heißt und die dem sogar Fürstdeutsche den Namen Hintern quasi gegeben haben. Ähm, und ob der auf Amerikanisch vielleicht, ähm, äh, keine Ahnung, Daniel heißt. Oder ob die es... Nein. Nein? Die heißen, die heißen so. Also die haben international die gleichen Namen? Doch, haben sie. Bist du dir jetzt ganz sicher, Julia? Ja. Ich hab nur gerade von anderen Charaktern die Namen gesehen und war dann so, nee, doch nicht, aber das war dieser Nono. Kennst du noch diesen Nono? Ja, na klar, der Staubsauger. Ja, oh Gott, den fand ich immer creepy. Fandest du auch immer das, ähm, Tabby Pudding und auch das Tabby Toast unheimlich lecker aussehend, dass du dir so dachtest, oh mein Gott, ich will es jetzt essen? Ja, obwohl es einfach nur ein scheiß trockenes Toast war, ne? Ja. So, aber genug von Teletubbies. Ja. Joey, wie war dein Silvester? Nein, Julia, ich möchte immer noch meinen, meinen Anfang hier nennen, okay? Darf ich bitte meine Beobachtung einmal erzählen? Ach so. Ja, darfst du. Oder willst du sie wirklich einfach nicht hören? Doch, ich möchte alles hören von dir. Ich bin interessiert an dir, deinem Leben und allem, was dein Geist beschäftigt. Eigentlich ist das super, super gut jetzt, dass du gefragt hast, wie mein Silvester war, denn meine Beobachtung fand zu Silvester statt. Ach, ist ja der Wahnsinn. Ja, wir waren zu Silvester noch kurz bei Wolfgangs Mama zu Besuch, also so gegen 17 Uhr, weil wir noch so Einkäufe machen mussten und dann haben wir Poppy dort abgegeben und sind dann in Ruhe einkaufen gegangen. Und dann sind wir zurückgekommen und dann lief gerade so eine interessante Sendung auf dem Fernseher, dass wir dachten, komm, setzen wir uns nochmal hin und schauen mal ein bisschen zu. Und dann haben wir auf einmal zwei Folgen von dieser Sendung geguckt und ich war hin und weg. Und darüber möchte ich jetzt mit dir reden. Und zwar nannte sie sich Dr. Pimpelpopper. Hast du das schon mal gehört? Oh mein Gott. Ja. Ja, natürlich. Die kam auch eigentlich aus dem Internet, ne? Also ich glaube, das war erst so ein YouTube-Kanal und dann wurde das zu einem Fernsehformat, oder? Das finde ich absurd, dass das zu einem Fernsehformat wurde. Krass, ne? Aber das lief auch auf so einem TV-Sender, den ich noch nie gesehen habe, der heißt TLC. Das ist ein deutscher TV-Sender, habe ich noch nie gehört. TLC? Doch, das habe ich schon mal gesehen. Ja? Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe mir dann so gedacht, boah krass, du hast echt viele Jahre nicht mehr Fernsehen geguckt, weil auf einmal ganz andere TV-Sender da sind. Es ist generell so, dass ich das Gefühl habe, dass sich Fernsehen mittlerweile super viel aus dem Internet zieht. Weißt du? Also, dass die super viel, auch so YouTube-Challenges und so, werden mittlerweile als komplette TV-Shows gemacht. Ja, stimmt voll. Weißt du? So bald sitzen da Joko und Klaas und frittieren. So mäßig, weißt du? Für so zwei Stunden. Ja. Frittieren einfach jede Scheiße durch. Ja, ich fand das irgendwie auch komisch, aber um da wirklich... eine Aussage treffen zu können, gucke ich einfach viel zu wenig Fernsehen. Also wirklich, Julia, bis ich mal auf die Idee komme, den Fernseher anzumachen, vergehen Jahre. Und das Einzige, wo ich dann wirklich mal denke, ja, hier könnte ich jetzt mal kurz den Fernseher anmachen, ist, wenn ich in irgendeinem Hotelzimmer bin. Geht dir das auch so? Dass du dann random so Lust auf Fernsehen bekommst? Nee. Nee, überhaupt nicht. Im Hotelzimmer wirklich gar nicht. Okay, krass. Also bei mir ist das... Aber ich glaube, das ist bei den meisten so, mit dem Fernseher gucken im Hotelzimmer, aber... Ja, weil du da irgendwie so beschränkte Möglichkeiten hast. Also klar, du könntest jetzt deinen Laptop aufklappen, wenn du einen dabei hast und könntest da dann irgendwie Netflix gucken, wenn du wolltest, aber irgendwie ist dieser Fernseher dann doch so zugreifbar, um es nicht zu versuchen. Aber ich mache es meist auch nur im Ausland, weil ich dann halt irgendwie... Ich gucke manchmal richtig gern so ausländische Werbung. Da haben wir doch auch schon mal drüber geredet, als wir in Bali Fernsehen geguckt haben. Ja, doch stimmt, als wir auf Bali waren, da habe ich zum Beispiel auch einmal Fernsehen geguckt. Da haben wir doch diese balinesische oder asiatische Misswahl geguckt. Ja, genau. Ich glaube, das war sogar chinesisch. Da erinnere ich mich noch, stimmt. Da lief so super viel China-Programm. Aber auf jeden Fall finde ich das da immer richtig spannend. Übrigens, auf den Philippinen kam wirklich jeder zweite Werbespot gegenüber Weichspüler. Das war absolut crazy. Und die benutzen dort Weichspüler auch. Also ich wette, die essen das auch da. Die machen überall Weichspüler rein. Das ist so verrückt. Alles riecht nach Weichspüler dort. Die gehen auch duschen mit Weichspüler. Safe. Die schmieren sich das auch bestimmt in die Haare. Die so, nee, Conditioner brauchen wir nicht. We take Weichspüler. Bestimmt auch. Das ist bestimmt auch der Mundwasserersatz da. Einfach damit es auch auf dem Mund danach riecht. Das sollte jetzt übrigens kein Bashing gegen Filipinos und Filipinas sein, Leute. Alles nur Spaß. Aber wirklich, Weichspüler war dort ein ganz anderes Level. Selbst als wir auf so einer Tour waren und das war wirklich so ein bisschen so eine Shabby-Tour. Da wurden uns so Handtücher gestellt. Und selbst die haben so krank nach Weichspüler gerochen. Das war absurd, Julia. Krass, ich benutze gar keinen Weichspüler. Nein? Ist auch eigentlich nicht so gut für die Umwelt. Ah, ist das so? Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum. Aber ich weiß, dass Weichspüler benutzt nicht so gut ist. Wahrscheinlich wegen Mikroplastik, oder? Ist das Mikroplastik? Also schätze ich jetzt mal, dass da irgendwie sowas in die Richtung drin ist. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Aber das ist jetzt so mein erster Guess. Ich habe übrigens jetzt eine Waschmaschine und einen Trockner. Endlich, nach Wochen, die ich darauf gewartet habe, das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe vorgestern das erste Mal in meiner neuen Wohnung alleine gewaschen. Geil. Und getrocknet oder nur gewaschen? Getrocknet auch. Und ich muss sagen, ich kann nicht nachvollziehen, wie ich bzw. meine Mama so lange ohne Trockner gelebt hat. Das ist ja einfach der Hit. Trockner ist aber gefährlich. Du musst echt aufpassen, was du da reinschmeißt. Weil wenn du manche Sachen trocknest, die man nicht trocknen darf, dann sind sie nur noch so groß wie deine Fingerkuppe. Oh. Ja. Ich habe einfach alles da reingeschmissen. Schwierig. Zum Beispiel Wolfgang, wenn ich irgendwas von dem in Trockner schmeiße, weil wir haben ja einen Waschtrockner. Also quasi eine Waschmaschine und Trockner in einem. Und wenn ich da den Trockengang anmache, wenn Sachen bei ihm drin sind, rastet der aus. Dann schreit der rum und versucht diese Waschmaschine auszustellen, damit dann nicht irgendwie dieser Trockenprozess beginnt. Weil der das halt schon mal hatte, dass irgendwie sein T-Shirt nur noch halb so groß war. Und er das aber eigentlich geliebt hat. Ja, aber was darf denn da nicht rein? Boah, du musst halt mal so ein bisschen experimentieren. Also ich habe zum Beispiel den Trockner jetzt wieder für mich… Experimentieren! Ja, nimm halt mal was von jedem Stoff, was dir nicht ganz so wichtig ist, was du eh aussortiert hättest oder so. Das habe ich nicht. Du bist so nervig. Mir ist alles wichtig. Ja. Ja, aber das Ding ist, ich habe den Trockner auch jetzt jahrelang nicht benutzt, weil ich auch Schiss hatte, dass meine T-Shirts eingehen. Und inzwischen bin ich irgendwie wieder so vom Stil her bei etwas nicht… Also die letzten paar Jahre habe ich immer sehr weite T-Shirts getragen und inzwischen sind sie wieder ein bisschen tighter bei mir. Also jetzt nicht so hauteng oder sowas, aber so ein bisschen knackiger am Körper. Und das kann ich mit meinen alten T-Shirts quasi bewirken, indem ich die einfach in den Trockner schmeiße, weil die da so ein kleines bisschen eingehen. Und dann passen die jetzt besser für mich. Ja, scheiße, dann werde ich ab sofort wahrscheinlich jede Woche im Podcast mit einem neuen Trockner-Fail kommen, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe da einfach wirklich alles reingeworfen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es inzwischen Trockner gibt, wo du überhaupt keine Angst mehr haben musst. Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja so einen Premium-Deluxe-Trockner und nicht so einen ollen Waschtrockner von 2018, der irgendwie weder richtig trocknen noch richtig waschen kann. Ich weiß es nicht, wir werden sehen, würde ich sagen. Ja, finde ich gut. So, also auf jeden Fall habe ich Dr. Pimpelpopper geguckt, Julia. Und falls es jemand von euch nicht weiß, in dieser Serie oder in dieser Sendung geht es darum, dass es eine Doktorin gibt, die heißt Pimpelpopper. Aber eigentlich nicht wirklich. Das ist doch so ekelhaft eigentlich, ne? Und die ist Dermatologin und hat sich darauf spezialisiert, so übermäßig große Talgdrüsen oder Zysten zu entfernen. Also quasi gigantisch große Pickel, die normalerweise nicht auftreten, aber durch irgendwelche Sachen passiert das eben auch mal, dass irgendjemand so einen faustgroßen Pickel auf dem Rücken hat und der dann so aufgeschnitten werden muss. Und dann kommen ungefähr drei Kilo Eiter raus. Boah, jo, Joey, wirklich. Also ich gucke das ja auf TikTok auch gerne, wie so Mitesser oder eingewachsene Haare oder sowas ausgedrückt werden, ne? Aber ab so einer bestimmten Größe, ab so einer Fingerkuppengröße, muss ich sagen, bin ich raus. Muss nicht sein, ne? Ab da finde ich es ekelhaft. Nee, ab da ist wirklich einfach nur noch reudig, weil da Sachen rauskommen, die ich wirklich, von denen ich nicht möchte, dass sie auf dieser Welt existieren, weil sie aussehen, als würden sie gleich irgendwie Augen bekommen und lebendig irgendwie so in dich, weißt du? Ja. Also pass auf, das Ding ist, ich bin ja eigentlich auch Fan, so wie du das sagst, von solchen Pickel ausdrücken. Ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem, von anderen Leuten Pickel auszudrücken oder sowas. Manche Leute finden das ja ganz, ganz grausam und ekelhaft, nur in die Nähe von Alter eines anderen Menschen zu kommen. Für mich ist das so, ja, gebärde ein Pickel, lass ihn mich ausdrücken. Nee, bei mir kommt es auf die Person an. Bei mir kommt es ganz, ganz stark auf die Person an. Wenn ich die Person so ein bisschen unangenehm finde, dann könnte ich im Leben keinen Pickel ausdrücken, dann würde ich die ankotzen. Ja, okay, aber mit einer unangenehmen Person kommst du ja auch überhaupt nicht an den Punkt, dass du sagst, hey, kann ich deinen Pickel ausdrücken? Das machst du ja nur mit Personen, die du lieb hast. Nö, nö, also, nein, es gibt auch Leute, die ich lieb habe, denen ich keine Pickel ausdrücken möchte. Okay. Das klingt scheiße jetzt, aber... Nee, ich glaube dir das, weil meine Mutter würde nicht mal mir einen Pickel ausdrücken, obwohl ich ihr Kind bin. Also meine Mutter sagt, bevor du mit einem Pickel zu mir kommst, kotze ich dir lieber in den Schoß. Ja gut, aber das liegt dann daran, dass sie generell keine Pickel ausdrücken kann und sie würde ja nicht sagen, ja, Emmi würde ich einen ausdrücken, dir nicht, sorry. Ja genau, sie kann nur ihre eigenen ausdrücken, aber von irgendjemand anderem ist No-Go, kann sie nicht machen. Ja, ich kann von anderen die ausdrücken, aber nicht von allen. Ja, das will ich aber jetzt auch mal wissen. Würdest du, also, darfst du ehrlich sein, würdest du meinen ausdrücken oder wäre das schon so... Ja, deinen würde ich ausdrücken, ja. Aber schon so mit ein bisschen Ekel, oder? Nee, nein, deinen würde ich ausdrücken. Okay, und wo ist dann die Grenze? Ich kann, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Es gibt Menschen, die kennst du auch... Nenn doch mal einfach mal Namen, Julia. Nein, 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 mach ich nicht. Aber es gibt welche, die ich wirklich liebe. Ich liebe diese Menschen, aber ich könnte denen keinen Pickel ausdrücken. Es geht nicht. Okay, krass. Also du machst das komplett typabhängig, also quasi individuenabhängig, von wem du jetzt einen Pickel ausdrücken würdest und von wem nicht. Ja, komplett, komplett, ja. Okay. Aber da fühle ich mich ja geschmeichert, dass du meinen Pickel noch ausdrücken würdest, Julia. Ja, kannst du. Kannst du tatsächlich. Nee, bei mir ist das dann so, ich denke mir so, ja, dann ist halt so ein bisschen fremder Eiter auf meinem Zehennagel, wollte ich gerade sagen, auf meinem Fingernagel, aber das kann ich ja wieder... Ja, was? Aber das kann ich ja wieder absaschen. Das muss ich mir vorstellen, wie du mit deinen Füßen da so bist, die so richtig verkrampfst und deine zwei großen Zehen so aneinander drückst an dem Rücken von irgendjemandem. Und das klingt halt auch schon wieder wie so ein richtig heftiger Fetisch, Julia, so da wollen wir nicht weiter drüber reden. Nee, aber ich denke mir so, hey, ich kann doch die Hände danach wieder waschen, ist doch nicht schlimm, also ich muss es ja nicht essen, weißt du. Also ich verstehe gar nicht, wo da jetzt der Ekelfaktor sein soll, aber ich glaube es allen, die es ganz schlimm finden. Ja, ja. Auf jeden Fall ist die Sendung so aufgebaut, dass irgendwie, ich glaube so drei Leute vorgestellt werden und ihr quasi ihre Last am Körper und dann reden die erstmal so drüber, wie ihr Umfeld darauf reagiert, wann das bei denen entstanden ist, warum sie nicht früher zum Arzt gegangen sind, bla bla bla. Und dann guckt sich das Dr. Pimpelpopper an und erklärt erstmal, was das genau für eine, in Anführungsstrichen... Das ist wirklich so ein fucking absurdes Konzept einer scheiß Fernsehsendung, wo sind wir gelandet? Aber ey, Julia, ich war hypnotistisch. Ich fand es so spannend, weil ich mir auch so denke, wie kannst du irgendwie 15 Jahre lang mit der absolut riesigsten Eiterbeule an deiner Schulter langlaufen, weil du dir das nicht traust zum Arzt zu gehen. Also es ist doch crazy, oder? Was manche Leute da auf sich nehmen. Ja, aber du traust dich nicht zum Arzt zu gehen, aber dann traust du dich ins National TV, International TV zu gehen, hä? Ja, in den USA ist es doch auch immer so mit der Gesundheits-, also quasi wie das Krankenkassen und so weiter, wie das System da funktioniert. Ich glaube, das ist einfach so die letzte Instanz der Leute, weil sie es sich eh nicht leisten könnten, zu einem Dermatologen oder Dermatologin zu bezahlen. Das ist aber traurig, weil sie sich das nicht leisten können, dann das die einzige Option ist. Ja, schon krass, ne? Aber also ist jetzt auch nur eine Mutmaßung von mir, ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die Leute auch einfach Bock. Nee, kann tatsächlich ja sein. Ja, aber ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, sie hat wirklich gesagt, sie ist 15 Jahre nicht. Weil es gibt ja keine Krankenversicherung, so richtig da. Sie hat wirklich gesagt, sie ist 15 Jahre nicht zum Arzt gegangen, weil sie eben panische Angst vor Ärzten hat. Aber ja, dann ins Fernsehen zu gehen, aber gut, vielleicht ist es ja auch ihr einfach scheißegal, ob das jetzt manche Leute eklig finden, was sie da an ihrer Schulter für eine Wulst hat. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall habe ich mir drei Schicksale angeschaut, ganz begeistert. Und dann kam auf einmal, als hätte ich es von Gott so herbeigeschworen, kam einfach so. Und jetzt kommt eine weitere Folge von Dr. Pimpelpopper. Und ich dachte so, yes, mein Leben macht Sinn. Und auf einmal merke ich, hm, mir ist irgendwie schlecht. Also wirklich, ich habe gemerkt, mir ist übel. Ach, echt jetzt? Und ich bin eigentlich da super, also ich hatte noch nie Probleme damit. Und dann habe ich noch so Wolfgang angeguckt und meinte so, hey, haben wir vorhin irgendwie was Komisches gegessen oder so? Mir wird gerade voll schlecht. Und ich fühle mich gerade voll kacke. Und er so, nee, also mir geht's gut. Und wir haben quasi das Gleiche gegessen bisher. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, als der nächste Fall anfängt, der wirklich. Also das war sowas, das sah so eklig aus, dass du es durch den Fernseher riechen konntest, weißt du? Du wusstest, es stinkt. Oh, iiih. Also wenn es so weit kommt, dass du Pickel oder sowas riechen kannst, dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ach du Scheiße. Und da ist auf einen Schlag, wirklich, ich habe das quasi durch den Fernseher gerochen und in dem Moment habe ich solche Bauchschmerzen. Mir ist so kotzübel, dass ich gemerkt habe, fuck, es ist Dr. Pimpelpopper, der mir hier oder die mir hier die Übelkeit bereitet. Joey, das ist halt so ein Ding. Ich kann das auch nicht länger als so zwei Minuten gucken, weil ab dem Punkt wird mir dann doch einfach schlecht. Also egal, ob ich es eklig finde oder nicht. Aber wie kannst du dir das denn, wie lange geht so eine Sendung? 25 Minuten? Halbe Stunde? Bestimmt doch, oder? Mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar 45 Minuten inklusive Werbeunterbrechung. Du hast dir anderthalb Stunden angeguckt, die Menschen Eiter und solche wirklich ganz, ganz unangenehmen Sekrete aus Körpern rausdrücken. Ein Fall war bösartiger Hautkrebs. Das war sogar relativ spannend, weil die mussten das dann so Schicht für Schicht abschaben. Okay, sowas auch. Aber ja, meistens sind es eher so eklige Sachen, wo halt viel Eiter im Spiel ist. Aber nein, ich konnte eine komplette Folge gucken und dann habe ich die zweite angefangen und dann habe ich abbrechen müssen. Und dann habe ich gesagt, so, das reicht jetzt für dieses Jahr. Wir gucken nicht weiter, Dr. Pimpelpopper. Okay, das Jahr ging ja auch nicht mehr so lang. Kannst du ja jetzt wieder richtig durchstarten. Ja, eben. Nee, aber ich fand das irgendwie, ich fand diese Erfahrung wirklich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen, ob, also es muss ja genug Leute geben, die das absolut geil finden, das zu gucken. Kann ja nicht sein, dass, sonst würde es die Sendung ja nicht geben. Ja, aber, sorry, aber zwei Folgen hintereinander laufen zu lassen, ist halt auch grob fahrlässig, ne? Also das finde ich schon absurd. Es wäre cool, wenn wir mal so eine Reaction zu so einer Folge machen könnten und uns dabei filmen würden. So quasi, wer zuerst kotzt. Lass uns mal hier so ein YouTube-Video machen. Ich kriege bestimmt die Lizenzen irgendwie. Welchen Punkt soll es kommen mit unseren YouTube-Videos, dass wir uns da hinsetzen, wer zuerst kotzt? Ja, das war jetzt dramatisiert. Ach, scheiße. So meinte ich es nicht. Ich hätte ja noch nicht gekotzt. Mir war nur schlecht. Aber es hat noch echt lange angehalten. Also ich war dann schon bei der Location, wo wir Silvester gefeiert haben und ich hatte immer noch Bauchschmerzen. Und ich musste dann auch erst mal warten, was zu trinken, weil ich gemerkt habe, nee, mir ist es noch schlecht. Ist nicht. War krass. Ja, verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist, also deswegen, Pimpelpopper, das ist eine Nummer zu groß für mich. Das kann ich nicht. Ist okay. So, wie war denn dein Silvester? Erzähl mal. Boah, also einerseits super, andererseits schlimm. Es ist wirklich, es ist so ein, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass der, dieser Jahresanfang absolut, dass der Wurm drin ist, aber bei allen. Echt? Ja, ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch, also bei euch zu Hause, euch Zuschauern hier gerade ist, oder bei den Leuten halt ist, aber in meinem Umfeld, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe und alles, was ich mitbekommen habe, Überall war der Jahresanfang einfach so ein, so ein Chaos, so ein drunter und drüber. Okay, aber bei dir auch? Da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt passiert ist. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Also, ich war ja über Silvester im Skiurlaub. Ich war ja in Ischgl und bin da Snowboard gefahren. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Es war richtig gutes Wetter. Es war total cool. Die Gruppe war cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin am ersten Tag die ganze Zeit auf die Schnauze geflogen, aber dann habe ich mich ganz schnell zum Profi entwickelt und bin da die, die Pisten runtergeschlittert. Also konntest du auch so richtig mal abschalten und wirklich so deine Zeit so richtig für dich nehmen und den ganzen Tag Snowboard fahren? Ja. Weil irgendwie sah es in den Storys ein bisschen stressiger aus, als es sich jetzt angehört hat. Ja, also nicht den ganzen Tag. Ich habe, glaube ich, an einem Tag so drei oder vier Abfahrten gemacht. Also wirklich nicht so viel. Weil wir halt immer relativ spät los sind und dann auch immer relativ früh schon wieder. Ach, keine Ahnung. Also nein, es war jetzt kein richtiger, richtiger Skiurlaub. Ich habe wirklich, ich bin sehr wenig gefahren, wenn man das mal, ich glaube, ich kann es an einer Hand zusammenzählen, wie viele, wie viele Pisten ich runtergefahren bin. Aber ist auch egal. Darum geht es nicht. Es hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Die Gruppe war cool und alles so. Aber wir waren in einem Hotel, was so ein, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Unser Hotel war so ein, war so ein Fünf-Sterne-Hotel. Also wirklich so Top-Notch-Hotel eigentlich. Also besser als Fünf-Sterne kriegst du es ja nicht eigentlich, ne? Ja. Und das war so ein Scam. Wir waren wirklich von Tag zu Tag geschockter, was für Sachen da die ganze Zeit passiert sind und was, was da so, so vorsichtig ist. Es war so krass, so eine Scheinwelt irgendwie, dieses Hotel. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben und ich will auch, ich will auch eigentlich dieses Hotel nicht, ich werde es jetzt auch nicht, ich werde es auch nicht nennen, weil ich glaube, sonst ist das gleich Rufenort oder so, was ich hier, was ich hier betreibe. Aber es ist so ein Hotel, das kann man glaube ich sagen, Julia, das ist so ein Hotel, das hat man schon mal gehört, ne? Also es ist jetzt nichts Unbekanntes. Ja, also ich war das erste Mal da und wir haben ganz normal bezahlt. Also das wurde ganz normal gebucht. Das war nicht auf Kooperationsbasis. Da sind aber schon, also auch ein paar Leute, die dabei waren, sind da schon mal auf Kooperationsbasis hingefahren. Anfang letzten Jahres das letzte Mal und da war wohl noch alles gut und war alles super so. Da hatten sie überhaupt gar kein Problem. Okay. Und jetzt bröckelte auf einmal ein Jahr später die Fassade oder was? Genau und vor allen Dingen so ab dem Punkt, wo wir selbst gezahlt haben, so hä? Also keine Ahnung, es war ganz komisch. Aber kann auch sein, dass es einfach nur schlechter geworden ist und das nichts damit zu tun hat, dass wir plötzlich selbst gezahlt haben, so. Aber wolltest du da hin oder war das quasi so, die Gruppe hat entschieden, das ist das geilste Hotel und du hast gesagt, ja okay. Die Gruppe wollte da hin, ich war dann einfach nur dabei, ich wollte da nicht hin. Beziehungsweise ich war schon interessiert, da mal hinzugehen, weil ich das Hotel halt kannte und so die Bilder daraus immer gesehen habe auf Instagram und mir dachte, boah, sieht voll schön aus. Erstmal kamen wir da an, das ist einfach so ein riesiger Bunker mitten an der Hauptstraße. Oh krass. Darum ist nichts und das Logo, also das Zeichen von dem Hotel hier, das Schild genau, ist einfach so ein riesiges Plakat, was so angeleuchtet ist. Das könnte auch einfach so eine McDonalds-Werbung an einem Hotel sein, weißt du? Oder an so einem Haus. Für mich sah das wirklich, ich dachte schon so, hä, das ist das jetzt? Das ist jetzt ein Witz, oder? Also es ist schon von außen überhaupt nicht das, was es so von innen eigentlich verspricht, oder wie? Ja genau, das sieht halt auf den Instagram-Bildern immer so aus, als würde das so mitten in der Natur sein, weil du halt von innen die Bilder siehst, wie so diese zugeschneiten Bäume draußen sind und so und so, voll der schöne Bach und sowas. Dieser Bach ist einfach direkt an der Hauptstraße und da ist halt nichts drumrum. Also es ist überhaupt nicht idyllisch, sagst du? Nee, also wirklich, wenn du, du bist halt da drin, es ist alles super dunkel und die Fenster sind alle zu, beziehungsweise die Vorhänge sind alle zu, sodass du eigentlich gar nichts von der Außenwelt mitbekommst, was aber auch gut ist, weil du halt an der fucking Hauptstraße bist. Krass, okay. Aber du musst mir nochmal einen ganz, ganz kurzen Kontext zu Ischgl generell geben. Ist das nicht auch so ein sehr exklusiver Skiort wie auch St. Moritz zum Beispiel? Also wo so ein bisschen auch die High Society sich trifft? Ich glaube, weiß ich nicht so richtig. Ich habe das auch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich glaube aber, Ischgl ist mehr so ein Familienskigebiet. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ich kenne mich mit Skigebieten wirklich überhaupt gar nicht aus. Aber ich glaube, so wie St. Moritz ist das jetzt nicht. Okay, also es ist jetzt nicht so dieses High Fashion Ding, wo, wenn dann, wenn Kim Kardashian Winterurlaub in Europa machen würde, dann würde sie da hinkommen. So ist es nicht. Nee, dann würde sie auf jeden Fall in die Schweiz nach St. Moritz oder so gehen. Okay, gut. Also dann würde sie nicht nach Ischgl fahren. Ich glaube, Ischgl ist einfach ein beliebtes Skigebiet so, aber da waren, die meisten Leute waren ganz normal. Ja, okay. Nee, weil ich kenne mich ja gar nicht aus mit Skigebieten, deswegen war das jetzt irgendwie so meine Frage, weil ich kenne halt Ischgl und St. Moritz kenne ich von Erzählungen. Und sonst weiß ich nichts von Skigebieten irgendwo in Europa. Deswegen war es jetzt nur so die Frage einfach, wo wart ihr eigentlich? Nö, also das war so, ich glaube, da ist schon viel so, nee, ich kann nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Ich war zweimal in meinem Leben im Skiurlaub und da, also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich war aber auch noch nie in St. Moritz oder so, deswegen, ich habe jetzt keinen höheren Vergleich, in Anführungszeichen. Ich war da vorher immer nur so in normalen Familien-Skigebieten. Okay, verstehe. Okay, back to the topic. Die ich aber, muss ich sagen, schöner fand als Ischgl. Also ich fand jetzt Ischgl als Skigebiet gar nicht mehr so krass geil, aber ich habe auch nicht so viel davon gesehen. Deswegen, I don't know. Ja, okay. Warst du eigentlich schon mal Ski- oder Snowboard fahren? Habe ich doch gerade gesagt, Julia. Ich habe keine Erfahrung, nicht ein Fitzelchen Erfahrung mit Ski- oder Snowboard fahren. Deswegen weiß ich eben auch nicht, was die Gebiete da bedeuten, weißt du? Was? Ich kenne das nur von Instagram. Ja, aber es kann ja sein, dass du in meiner Skihalle warst oder so. Nee, auch nicht. Ich habe noch nie auf einem Snowboard oder auf Skiern gestanden. Gar keine Möglichkeit zu relaten. Aber du hast auch gar keinen Bock drauf, ne? Ich habe dir das doch schon mal erklärt, Julia. Pass auf, meine Eltern waren doch, dadurch, dass mein Papa Landwirt ist, hatten die wirklich nur im Winter die Möglichkeit, frei zu machen. Ich weiß, aber es kann ja trotzdem sein, dass du es mal interessant finden würdest, auf Skiern zu stehen. Ja, ich hatte ab und zu immer mal wieder in meinem Leben die Möglichkeit, mit Freunden und Bekannten quasi dann so einen Skiurlaub zu machen. Es gab sogar sowas von der Schule aus. Aber meine Eltern haben mich irgendwie so darauf erzogen, dass das einzig Wahre ein Urlaub im Warmen ist, dass das für mich niemals zur Debatte stand. Ich habe noch nie ernsthaft in meinem Leben überlegt, meine freie Zeit dafür zu opfern, irgendwo hinzufahren, wo es noch kälter ist, als es zu Hause ist. Weißt du? Ja, das kann ich verstehen. Aber ich muss echt sagen, wenn du da dann so oben auf dem Berg stehst und die Sonne scheint und alles voller Schnee ist, das ist schon echt absolut ein krasses Gefühl. Und es ist wirklich wunderschön. Ich glaube dir das. Aber weißt du, was ich mich dann immer frage? Also ich kenne es ja von hier. Wenn hier jetzt Winter ist in Deutschland, dann ist eigentlich die Sonne nur einmal alle drei Wochen draußen und dann auch nur für ungefähr zwei Stunden an diesem einen Tag. Und sonst ist es immer bewölkt und trist und grau. Ist dort auf einmal immer Sonnenschein? Weil alle beschreiben immer so diese Skigebiete mit, ja auf den Bergen, da ist immer die Sonne, da scheint immer die Sonne, das ist so schön, da kriegst du sogar Sonnenbrand auf der Nase, wenn du dich nicht eingecremt hast. Wo ich mir denke, aber die Sonne scheint doch nur alle drei Wochen einmal kurz. Du musst ja richtig Glück haben. Nein, 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 da nicht. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, aber da nicht. Ist das so, weil die so... Wir hatten auch, also ich hatte keinen Sonnenbrand, aber ein paar von uns hatten einen richtig dollen Sonnenbrand. Also liegt es da vielleicht daran, dass das so hoch auf dem Berg ist, dass da einfach so die Wolken anders funktionieren so ein bisschen, dass die da irgendwie schneller... Das kann sein. Also... Ich glaube, wir sind einfach an einem Ort in Europa oder generell an einem Ort auf der Welt, wo halt einfach viel schlechtes Wetter ist so. Ich glaube auch. Und ich frage mich halt schon wieder, warum. In Österreich zum Beispiel ist es halt auch schon wieder besser. Ja, egal, lass jetzt nicht darüber reden. Ich erzähle dir jetzt von meinem Hotelaufenthalt, okay? Ja, okay. Also, ich habe mir jetzt nur so ein paar Punkte rausgesucht, von denen ich erzählen will. Und ich will erstmal sagen sowieso, also ich bin normalerweise wirklich keine Person, die sich über sowas beschwert. Und ich lasse wirklich so unfassbar viel durchgehen in Anführungszeichen und mich interessiert auch so vieles nicht, so viele Fehler oder so, die in Hotels gemacht werden oder generell. Ich bin wirklich, wir haben ja letztens schon darüber geredet, ich bin eigentlich relativ genügsam, was alles angeht. Also, das sind normalerweise keine Punkte, wo ich sagen würde, das geht gar nicht, ich will jetzt hier den Chef sprechen. Ja, muss ich auch an dieser Stelle noch einmal bestätigen. Julia ist wirklich mit vielen, also mit ganz, ganz vielen Sachen zufrieden. Also, du brauchst kein Fünf-Sterne-Hotel, du kennst das, aber es ist jetzt für dich kein Muss. Du sagst jetzt nicht, ich war jetzt einmal in einem Zimmer, wo eine Whirlpool-Badewanne drin ist und ab jetzt muss überall, wo ich bin, eine Whirlpool-Badewanne stehen, sonst gehe ich da nicht mehr rein. Also, das gar nicht und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall viel mehr die kleine ätepetierte Maus als du, weil das Ding ist, ich war schon wieder in einem Hotelzimmer jetzt an der Ostsee, wo es keinen Teppichboden gab und das war schon wieder für mich absolute Krise. Ich hatte immer kalte Füße. Okay, ich bin halt, genau, ich bin gar nicht so und alles, was ich jetzt auch sage, ist für das, was wir bezahlt haben und für das, was es sein soll, wirklich einfach nicht okay. Ja. Weil es einfach, es war so geisteskrank teuer. Ja, für das. Ich kann das nicht sagen und ich weiß es auch gar nicht genau, aber für das, was wir da bezahlt haben, ist es wirklich absolut gestört, was da alles passiert ist. Ja, also du hast quasi so viel bezahlt, wie für ein, für das krasseste Hotel, was man sich vorstellen kann und dafür gab es sehr viele Mankos, so meinst du. Genau, also, ja, kann man so sagen. Ja. Ja, es war wirklich, es war arschteuer. So, und das fing halt, am allerersten Abend fing das an, dass, also dieses Hotel war komplett, es war todeswarm da drin. 100 Prozent waren das mindestens 27 Grad da drin. Wir haben alle uns totgeschwitzt, wirklich. Ich bin absolut krank geworden in diesem Hotel, weil die Heizungsluft so trocken und warm war. Wir mussten jede Nacht, mussten wir das Fenster aufmachen, was aber total scheiße war, weil das halt direkt an der Hauptstraße und diesem extrem lauten Bach war, sodass es einfach die ganze Nacht übertrieben laut war. Hä, gab es keinen Thermostat in dem Zimmer? Konntest du nicht einstellen, wie warm du es haben bist? Nein, nein, gab es nicht. Wir haben unten an der Rezeption gefragt, ob die, ob die es ein bisschen kälter machen können, weil es halt einfach wirklich extrem warm und stickig ist. Die meinten, nee, das ist Teil unseres Konzepts. Dass es zu heiß ist im Hotel oder was? Ja, also das ist, ich verstehe das so, es ist so ein Winterhotel und es soll cozy da drin sein, aber das war halt einfach eine Sauna. Dieser Laden war eine fucking Sauna, ich schwör's dir, das ging gar nicht. Das war wirklich krank. Wir haben nicht nur eine Sauna, wir sind eine Sauna. Genau. Ja, zum Spa-Bereich komme ich noch später. Da sind wir nämlich auch, obwohl ich kann eigentlich direkt erzählen. Wir sind da, wir haben uns einmal, also der Spa-Bereich ist so im Keller, was ja überhaupt gar kein Problem ist an sich, wo ich mir aber auch denke so, hä, du hast voll die krasse Kulisse mit diesen ganzen Bäumen, wieso machst du den Spa-Bereich in den Keller, wo du gar nichts sehen kannst? Ja, stimmt. Eigentlich könnte, eigentlich würde man sich so vorstellen, dass man so eine Sauna hat mit Blick auf die Berge, ne? Und so mit so einem kleinen Glasfenster da. Ja, oder halt den Pool oder sowas, genau. Ja. Stimmt, und auch so ein Außenpool, wo es dann so richtig rausdampft, weil es außen so kalt ist und das Poolwasser ist so warm. Das stelle ich mir auch so vor in so einem… Genau, also wie gesagt, Leute, absolutes Meckern auf hohem Niveau, aber wenn du bei diesem hohen Niveau bist, dann ist es irgendwie crazy, dass der fucking Spa-Bereich unten im Keller ist, wo du halt einfach nichts von dem Ausblick siehst, hast oder es ist total komisch gewesen. Das habe ich nicht verstanden. Ja, ja. Ja, so ein bisschen Gedudel. So Entspannungsmusik. Da meinte sie ja, die Box ist kaputt, wo ich so dachte, okay. Also Wolfgang hätte schon mal jetzt nach so Rabatt gefragt, so von wegen, ja, wenn die Box kaputt ist, dann zahle ich aber nicht den ganzen Preis. Die Massage hat halt auch für 50 Minuten 100 Euro gekostet, glaube ich. Boah, Alter. Also es war jetzt auch keine, war auch keine günstige Massage. Und das Ding ist, dann ging die Musik nicht, wo ich schon so dachte, ja gut, dann ist es jetzt halt still, mein Gott, ist nicht so schlimm. Plötzlich fängt die an zu reden mit mir. Oh nein. Und hört aber auch nicht mehr auf. Aber so über Gott und die Welt, oder was? Ja, die hat einfach angefangen, Smalltalk zu führen mit mir. Und ich war so, hä, okay, willst du jetzt einfach nur so kurz die Stimmung, also damit ich mich wohl bei dir fühle oder so? Oder was wird das jetzt so, ne? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Und dann hab ich immer wieder so kurz angebunden geantwortet, damit sie halt aufhört zu reden. Sie hat immer weitergeredet. Sie hat einfach, Joey, sie hat am Ende die komplette 50 Minuten Massage mit mir gesprochen. Ach du Scheiße. Ich hab mich einfach die ganzen 50 Minuten mit ihr unterhalten. Ab einem bestimmten Punkt wurde es aber interessant, weil sie mir dann so Sachen übers Hotel und so erzählt hat. Was alles nicht richtig läuft. Und dann irgendwann, ja genau, also quasi so ein bisschen. Deshalb hab ich dann weiter mitgeredet. Aber das Ding war auch, sie hat immer so, während sie geredet hat und so Worte gesucht, hat sie manchmal so zwischendurch aufgehört zu massieren. Weißt du, kennst du, wenn jemand so nach Worten sucht und dann plötzlich so die Tätigkeit nicht mehr weitermachen kann, die man eigentlich, also so Multitasking stopp. Ja. Ich glaube, die Hälfte der Zeit hat sie nur nach Worten gesucht und mit mir geredet und mich nicht massiert. Das ist ja so nervig. Das kannst du doch nicht während einer Massage bringen. Ja, das war wirklich, also im Endeffekt hab ich diese 50 Minuten lang mit einer Freundin gequatscht, die so ein bisschen an meinem Rücken rumgedrückt hat. Aber war die Mass, also das, was sie massiert hat, war das gut? Also hast du daran erkannt, dass sie... Nö. Nö, wahrscheinlich war das dann auch einfach keine zertifizierte Masseurin, ne? Nein, das Geilste war auch, einer von den Jungs hat sich währenddessen auch massieren lassen von einem Masseur und wir haben danach so Witze darüber gemacht, dass die Masseure hier wahrscheinlich jeden anderen Job auch haben, weißt du? Ja. Weil sie auch zu mir meinte, dass sie den ganzen Spa-Bereich halt sauber machen muss und so, wenn sie keine Massagen gebucht hat und sowas. Also sie fungiert gleichzeitig auch als Reinigungskraft für den Spa-Bereich, wo ich mir halt denke, so grundsätzlich, das ist wieder sowas, finde ich nicht schlimm, juckt mich nicht, aber wenn du in einem Fünf-Sterne-Hotel bist, würdest du denken, du hast einen richtigen Mass... Weißt du so? Nee, aber vor allem, wenn du einfach 100 Euro für eine 50-Minuten-Massage bezahlst, dann muss das schon irgendwie auch eine gute Massage sein, ne? Genau, ja. Und dann haben wir halt so angefangen, Witze darüber zu machen, von wegen, dass die alle, also dass der Masseur wahrscheinlich auch noch heute Abend dann der Kellner ist und so. Ja. Weißt du, was Silvester passiert ist? Oh nein, echt jetzt? Dieser fucking Masseur stand einfach plötzlich Silvester vor unserem Tisch im Restaurant und hat die Vorspeisen serviert. Es ist kein Scherz. Wir dachten wirklich so, das ist jetzt, das kann nicht wahr sein. Hey, dann ist das ja voll das Scam-Hotel. Das ist ja echt krass. Voll konkret. Ja, guck mal, das war ja aber nicht mal alles so. Wir sind im Restaurant angelangt. So. Im Restaurant ist es die ganze Zeit so, wir hatten jeden Abend, wir hatten eine Halbpension und abends war es dann so, dass man immer fünf Gänge bekommen hat. Also so fünf kleine Gänge. Es war so auf Sterne-Restaurant-mäßig gemacht, ne? Was ich auch schon mega ätzend finde. Ich will einfach nur ein Hauptgericht, wenn vielleicht eine Vorspeise und dann bin ich fertig mit der Kacke. Aber wir mussten jeden Abend, wir saßen wirklich jeden Abend fucking drei Stunden da und haben auf unser Essen gewartet. Und das ist ja dann auch so, dass du auch wirklich alle fünf Gänge essen musst, um satt zu werden, ne? Also jetzt zumindest, wenn ich jetzt satt werden wollen würde. Bei dir geht es vielleicht ein bisschen schneller. Voll, voll, voll. Aber ich hasse das ja schon allein im Flugzeug, weil die eigentliche Mahlzeit da ist ja super klein. Das ist ja eigentlich nur ein Viertel von dem, was du normal essen würdest. Und dann musst du auch immer dieses Stück Kuchen noch essen und diesen ollen Obstsalat und dann noch so einen Krautsalat, damit du auch halbwegs gesättigt bist. Ich hasse das immer, wo ich dir denke, mach doch einmal die Hauptmahlzeit ganz und dann lass die ganze andere Kacke weg. Ja, also ich meine, grundsätzlich finde ich das manchmal ganz cool. Also manchmal gehe ich gerne so essen. Das macht dann irgendwie Spaß, weil das halt auch so ganz anderes Essen ist irgendwie. Und du isst nicht, um satt zu werden, sondern für die Erfahrung. Das soll ja so ein Erlebnis sein dann so, weißt du? Genau. Und das ist ja an sich ganz cool, aber das Essen war halt auch nicht gut. Also es war wirklich, ich habe teilweise, ich habe einmal so ein Risotto gehabt, das war einfach komplett hart und versalzen. Oh scheiße. Das ist so traurig. Dann hatten die anderen so Fleisch, was einfach komplett trocken war. Du konntest das wirklich, du konntest das nicht durchschneiden. Das war wirklich Wahnsinn. Du konntest es nicht schneiden, weil das so krass trocken und gummerig war. Es ging einfach nicht. Aber, was das größte Ding war, wir haben immer so krank lange gewartet. Wir haben an einem Abend gesagt, wir haben nicht so viel Zeit heute, deswegen würden wir gerne à la carte bestellen und einfach nur ein großes Gericht haben. Weißt du? Also so Nudeln oder… Ja, ein Gericht halt. Ja, ein Gericht halt. Die haben auch teilweise, wir haben gefragt, können wir was zu trinken bestellen? Dann sagen die ja, gehen weg und kommen nie wieder. Das ist so oft passiert einfach. Und das ist halt so, es hat sich so alles geleppert, weißt du? Und einmal haben wir anderthalb Stunden gewartet, dann wurden zwei Essen vergessen, dann haben die nochmal eine halbe Stunde gewartet. Ach, die mussten dann noch komplett neu gemacht werden, die wurden komplett vergessen. Ja, ja, genau. Die haben die einfach vergessen. Dann haben die Mädels, die ihr Essen erst so spät bekommen haben, also nach zwei Stunden, haben dann noch viermal nach Parmesan gefragt, haben überhaupt gar keinen bekommen. Oh Mann, ey. Das ist schon traurig. Und das Dessert wurde sogar noch vorm Hauptgang gebracht. Also es war komplett, alles komplett drunter und drüber in diesem Restaurant auch. Es war wirklich einfach absurd so. Und teilweise wurden wir auch so von einer Kellnerin, die hatte so eine Grundaggressivität irgendwie an sich. Ich glaube, die hat uns einfach gehasst so. Ja. Und wir waren wirklich vernünftig. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass man irgendwie denken könnte, boah, die blöden Influencer kommen, so keinen Bock, die zu bedienen, weil die sind so verwöhnte Idioten, so weißt du? Wirklich gar nicht. Wir waren total freundlich und lieb und ganz normal haben wir uns verhalten, so wie ganz normale Gäste, aber wir wurden einfach überhaupt, also keine Ahnung, was da los war. Aber einmal hat einer einfach so einen Burger bestellt mittags und meinte dann aber bitte ohne Brot. Also es gibt ja super viele, die so brotlosen Burger irgendwie bestellen. Ich habe noch nie einen Menschen, jemand anderen für seine Bestellung so judgen gesehen wie diese Kellnerin. Das war wirklich der Wahnsinn. Die hat den angeguckt, als hätte er gerade irgendwie, keine Ahnung, was bestellt. So richtig, richtig judgy einfach. Ich muss aber auch sagen, ich hätte auch ein bisschen Angst, einen Burger ohne Brot zu bestellen. Ich habe es mir auch noch nie getraut, aber ich wollte auch noch nie einen Burger ohne Brot, weil ich denke mir so, ja, wenn du schon einen Burger isst, dann kannst du auch das Brot dazu essen. Also das macht den Kohl echt nicht fett. Also wenn du schon ungesund bist, dann brauchst du nicht die Kohlenhydratquelle weglassen. Aber guck mal, bei Hans und Glück und so zum Beispiel gibt es ja sogar die Option brotloser Burger. Ja, aber ich halte von sowas gar nichts. Das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr. Ja, aber ich glaube, das ist so, guck mal, du kannst ja keine Großstadt mit irgendeinem Hotel in den Bergen vergleichen. Das geht ja nicht. Naja, das ist schon ein modernes Hotel gewesen so. Aber ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Trotzdem, ich finde es halt krass, dass die einfach so diese Reaktionen zeigt, weißt du? Wo ich denke so, hä? Lass den armen Gast doch seinen scheiß brotlosen Burger bestellen. Aber was ich mich die ganze Zeit frage ist, haben die sich dann wenigstens in irgendeiner Weise entschuldigt, wenn das jetzt so oft passiert ist, dass ihr so oft nachfragen musstet? Ja, das Geilste daran. Nein, die haben sich nie entschuldigt. Wir haben auch einmal mittags 20 Minuten auf unser Wasser gewartet, während wir die ganze Zeit gesehen haben, wie die da irgendwelche Cocktails mixt, anstatt dass die uns einfach die scheiß Wasserflasche schnell dahin stellt, so, weißt du? Wir haben dreimal noch nach dem Wasser gefragt, dann kam sie irgendwann und meinte so, ah ja, ich habe das Wasser noch nicht gebracht, ne? Ja, sorry, ähm, ja, bringe ich dann gleich. Und dann hat es nochmal eine halbe Stunde gedauert. Ja, dann hat es jemand anders uns gebracht. Also das Ding ist, egal ob man jetzt im Fünf-Sterne-Restaurant ist oder in einem ganz, ganz herkömmlichen Bistro oder wie auch immer, so Service muss ja immer irgendwie da sein. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man mal irgendwie was vergessen hat oder wenn das System dann irgendwie nicht funktioniert und die Bestellung da irgendwie nicht durchgegangen ist. Voll. Weil ich war zum Beispiel gestern mit meiner Schwester in einem Café und das ist eigentlich so schon so ziemlich mein Lieblingscafé in Köln und da war noch nie was. Und da gibt es halt auch so, da kannst du auch so pochierte Eier auf einem Sauerteigbrot essen und sowas. Also so richtig geil, so ein bisschen Instagrammable auch. Und dann haben wir eben dieses Essen bestellt und dazu halt zwei Kaffees. Und dann kam unser Essen, unser Kaffee war immer noch nicht da, dann haben wir unser Essen zur Hälfte gegessen, der Kaffee war immer noch nicht da. Ich halt schon die ganze Zeit nach einem Kellner oder einer Kellnerin ausschaue, aber die glotzen alle nicht. Und irgendwann, da haben wir wirklich noch ein Bissen auf den Teller gehabt, dann kommt endlich mal dieser Kellner, weil er mich winken sieht. Durch diesen ganzen Scheißraum. Und ich so, ja, wir hatten übrigens noch Kaffee bestellt. Wo ist denn der? Oh, scheiße. Ja, ich frag mal nach. Und dann kam er aber eine Minute danach wieder und meinte so, ey, voll kacke von mir. Irgendwie ging diese Bestellung nicht durch das System durch und euer Kaffee wurde niemals dort vorne angezeigt. Aber kein Ding, der kommt jetzt sofort und einer davon geht auch direkt aufs Haus als Entschuldigung. Und dann war ich wieder so, alles getan, um dieses Fauxpas auszugleichen. Voll geil und ich bin zufrieden und es ist immer noch mein Lieblingssatz. Kaffee, weil das finde ich richtig cool. Ja, genau. Das ist halt so ein Ding, was man generell, finde ich, immer eigentlich erwarten könnte. Also nicht, dass die es direkt aufs Haus machen, aber zumindest, dass sie sich halt so entschuldigen. Ja, oder mal irgendwie so einen Mini-Rabatt wenigstens geben oder irgendwie sowas. Irgendwas, irgendwas, einfach nett sein, weißt du, nett sein reicht mir schon. Sei einfach nett, sag, oh, tut mir leid, kommt sofort so. Aber die waren halt auch einfach so ab dem Punkt, wo wir uns das siebte Mal beschwert haben, immer noch unfreundlich, haben sich nicht entschuldigt, gar nicht so. Also nicht alle, aber viele. Es gab so, Mann, ich sterbe gleich. Es gab so zwei Ausnahmen an Kellnern, wo man auch gemerkt hat, dass sie sich in ihrem Umfeld wirklich ganz unwohl gefühlt haben, weil sie die einzigen mit moralischem Wertekompass waren, irgendwie so mäßig, weißt du? Ja, aber es klingt auf jeden Fall so, als wäre dieses Hotel so richtig Schein und überhaupt kein Sein. Also die wollen was ganz Besonderes sein, aber kriegen das absolut nicht hin. Das klingt so ein bisschen, als wäre das so ein Familienbetrieb, wo man so denkt, ja, du kannst das zwar nicht, aber stell dich einfach dahin und tu so, als ob du es können würdest, so weißt du? Und dann ist auf einmal der Kellner gleichzeitig der Masseur. Ja, was ja aber, guck mal, was ich auch nicht schlimm fände, wenn sie es gut machen würden und sich Mühe geben, so weißt du? Ja, aber du kannst halt nicht zu deinem Sohn sagen, jetzt mach mal den Masseur, wenn der keinen Plan vom Massieren hat, ne? Das ist halt, also oder du verlangst nicht die Preise. Das Ding ist halt auch. Muss halt transparent sein. Man muss halt sagen, hier ist sogar der Kellner, der Masseur. Genau, das ist halt das Ding, es ist alles okay, aber für den Preis halt einfach nicht. So. Ich fände es sogar witzig, guck mal, stell dir mal vor, die würden das sogar so kommunizieren von wegen, wir sind vielleicht kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir geben uns ganz doll Mühe. Dafür sind alle Positionen innerhalb der Familie und unser Sohn ist nicht nur Kellner, sondern auch der Masseur, ist zwar nicht so wie ein anderer Fünf-Sterne-Hotel, aber es ist eine Erfahrung wert. Da würde ich da viel eher dahin gehen, als wenn die nur so tun. Ja, das fände ich auch ganz witzig sogar, aber das war halt wirklich einfach nicht witzig. Es ist auch so, ein paar Nächte ist auch sechs Mal der Feueralarm angegangen, so mitten in der Nacht. Also ich kenne den Grund dafür und der Grund ist kein Grund, der okay ist, so im Sinne von, das kann ja mal passieren, sondern das war ein absurder Grund, wo man sich denkt, es kann ja nicht wahr sein, dass dieser Feueralarm jetzt mitten in der Nacht angeht und alle Gäste dadurch wach gemacht werden die ganze Zeit. Wie, aber sechs Mal? Ich kann das ja nicht sagen, was es ist so. Also der ging sechs Mal hintereinander an. Ja, eine Nacht ist sechs Mal der fucking Feueralarm angegangen. Immer wieder. Ja, mitten in der Nacht. Also du meinst so quasi einmal um 1 Uhr, dann um 1.20 Uhr nochmal, dann nochmal um 3 Uhr, dann nochmal um 3.50 Uhr. Ja. Weil jemand in irgendeinem Zimmer die ganze Zeit immer wieder versucht hat, eine zu rauchen und immer wieder das Ding angegangen ist, oder was? Du kannst mich doch jetzt nicht hiermit zurücklassen, Julia. Ich muss jetzt wissen, warum der scheiß Feuermelder angegangen ist. Es lag nicht an den Gästen. Es lag nicht an den Gästen. So viel kann ich sagen. Man hätte es verhindern können, aber man hat es nicht verhindert. Aber ja. Naja. Und das Geilste ist, guck mal, das sind jetzt nur so ein paar Sachen, die ich erzählt habe von wirklich so vielen absurden Dingen, die passiert sind. Und das Geilste ist, wir haben uns dann irgendwann mal die Google-Bewertungen angeguckt von dem Laden, ne? Ja. Und die sind überraschend positiv grundsätzlich. Also ich glaube, das Hotel hat irgendwie 4,5 von 5 Sternen, so bei 400 Bewertungen oder so. Aber wir haben uns dann mal die Ein-Sterne-Bewertungen angeguckt. Und diese Ein-Sterne-Bewertungen waren halt sowas von akkurat. Also wirklich alles, was die da so aufgezählt haben, waren wir so, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Weißt du? Das waren so die Leute, denen das aufgefallen ist. Ich glaube, auch viele gehen da hin, weil sie das einfach so als krasses Hotel kennen, auch so von Außenwahrnehmung im Internet und sowas so und gucken dann gar nicht genau hin, weil sie einfach denken, ja, ist schön hier, sieht schön aus und der und der war auch hier und das ist ja cool hier, so mäßig. Weißt du? Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall haben wir uns dann diese Google-Bewertungen angeguckt und das Allergeilste war, wie das Hotel geantwortet hat. Okay. Das ist ja auch das Ding, darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Guck mal, normalerweise, wenn du das Hotel bist oder der Laden und jemand gibt eine schlechte Bewertung ab, dann entschuldigst du dich, egal ob du eine andere Meinung hast und dir denkst, äh, stimmt gar nicht, so, weißt du? Ja. Aber die haben einfach so krass patzig, wie so 15-jährige beleidigte Leberwürste auf diese schlechten Bewertungen, die wirklich ganz normale Kritik waren und wirklich vernünftig geschrieben wurden und sehr, sehr reasonable waren auch, so krass patzig darauf geantwortet. Zum Beispiel, ein Gast hat so Bilder gepostet, wie dreckig die Fenster in deren Zimmer waren. Also die Fenster waren wirklich alle extrem dreckig, so, wirklich sehr dreckig, so. Und, ähm, dann haben die einfach wirklich geantwortet, so, ja, sie können ja immer noch durchschauen. Das stand da offiziell drin. Also beschweren sie sich nicht, so mäßig. Ja, die haben, die offizielle Antwort war, ja, also wir sind uns sicher, dass sie schon noch durchschauen können, also stellen sie sich mal nicht so an mäßig, weißt du? Ja, die wollten bestimmt so lustig Twitter-mäßig da so drauf antworten, damit man so… Nein, nein, Joey, die wollten nicht lustig antworten, das, dann, äh, die haben nämlich dann auch noch dazu geschrieben, so, ja, man erkennt an ihren anderen Bewertungen, dass sie einfach schwer zu begeistern sind. Ah, okay, krass. Dann waren die auch noch richtig, richtig beleidigt. Ja, ja, so richtig krass. Jemand hat zum Beispiel auch geschrieben, so, ja, sie erfüllen den Fünf-Sterne-Standard nicht, was halt auch stimmt. Ja. Es stimmt einfach, die erfüllen das nicht. Die wären, glaube ich, ein gutes Drei- bis Vier-Sterne-Hotel, wenn man jetzt diese Unfreundlichkeiten und sowas teilweise abgeht und so diese Durcheinanderheit, dann wären die ein gutes Vier-Sterne-Hotel, aber kein gutes, also wirklich nicht für fünf, weißt du? Und, ähm, dann haben die einfach geantwortet, so, wir wurden von der Kommission geprüft, sind also mit Sicherheit ein Fünf-Sterne-Hotel. Ihre subjektive Meinung nehmen wir zwar zur Kenntnis, jedoch ist das einzige, äh, ist, ist einzig das Ergebnis der Kommission relevant. Na, okay. So, hä? Ja, ich glaube, in dieses Hotel wirst du nicht nochmal gehen. Oder da haben auch welche geschrieben, so, ja, wir hatten ein extremes Kommunikationsproblem, die Mitarbeiter verstehen uns nicht. Und das war ja bei uns auch so. Es sind teilweise fünf verschiedene Mitarbeiter gekommen, denen wir das allen gesagt haben, von wegen, unser Essen ist nicht da oder das und das fehlt noch, bitte, bitte, bitte das hier, das. Und die haben alle so, mhm, und sind nie wiedergekommen, haben das alles gar nicht verstanden, was wir wollten, so. Da haben ganz andere Sachen gebracht, als wir danach gefragt haben und sowas. Und dann haben die wirklich geantwortet, wir haben nur deutschsprachige Mitarbeiter, deswegen muss das Kommunikationsproblem ja wohl von ihnen ausgehen. Boah. Hä? Aber die waren tatsächlich einfach manche nicht deutschsprachig, sagst du? Super viele, also die meisten nicht. Crazy. Das ist ja richtig, das ist ja voll der Scam. Also es ist ein richtiges Scam-Hotel, Julia. Irgendwie ja. Also ich weiß, ich keine Ahnung, ich hab irgendwie so ein bisschen Angst, mich jetzt hier so öffentlich zu positionieren, gerade ehrlich gesagt. Aber, also ganz ehrlich, ja. Ja, du hast ja keinen Namen genannt. Irgendwie war das absoluter Scam, das war total krass. Ja, ich finde, der Titel dieser Folge heißt auch Das Scam-Hotel. Ja, das war wirklich, teilweise hab ich mich gefühlt wie in so einem schlechten Film, wie so bei, äh, Verstehen Sie Spaß? Mhm. So, wie viel können wir tun, dass ihr ausrastet, weißt du? Ja. Schon crazy. Aber irgendwie auch witzig. Ich denke das schon, also es war wirklich einfach, es, ja, ja, ich fand's, ich fand's teilweise einfach witzig. Ich hab mich auch nicht darüber aufgeregt, weil mich interessiert sowas ja nicht so, weil ich hatte trotzdem eine coole Zeit. Aber es war einfach, ab einem bestimmten Punkt war es einfach so, es war wie so ein Comedy-Programm, weil es einfach immer schlimmer und immer doller wurde, so. Wir haben, einmal haben wir Essen bestellt, 50 Minuten später, äh, kam dann der Erste und hat gefragt, welche Beilagen wollen Sie dabei? Ja. Obwohl halt alles fein säuberlich halt am Anfang gesagt wurde. Ich möchte, äh, da wollte einer irgendwie ein 300 Gramm Steak haben mit Kartoffelbrei und, äh, so und so gegart oder so. 50, 50 Minuten später kam jemand, welche Beilage wollen Sie bei Ihrem Steak? Dann kam 10 Minuten später noch jemand, ähm, wie viel Gramm möchten Sie haben? Ja. Das war dann eine Stunde später. So, die haben nicht mal angefangen, weißt du? Ja, crazy. Dann kam noch jemand anders, hat nach der Gasstufe gefragt, noch jemand anders kam. Also es war wirklich komplett crazy. Aber war ja, äh, ja, nicht so geil. Ja, es war echt krass. Aber ich denke mir bei solchen Sachen dann immer so, wenn ich, ich hab mich nämlich auch die letzten paar Tage oft so gefühlt, als wäre ich bei Verstehen Sie Spaß und ich denke mir dann immer so, ich versuch's dann ins Positive zu lenken, denke mir so, ja, wenigstens eine witzige Story, so, wenigstens hast du was für einen Podcast zu erzählen und guck mal, hast jetzt mir schön eine halbe Stunde mir erzählt, wie scheiße es in diesem Hotel in Ischke war. Da freuen wir uns doch alle. Ja, voll. Das Ding ist, es ging ja auch so weiter irgendwie. Deswegen meinte ich, dieser, der Jahresanfang ist einfach so ein Joke. Also es ist einfach so komplett lost. Wir haben dann am Ersten auch noch so was nicht so Schönes erfahren, weswegen wir dann ein bisschen früher abreisen wollten. Und, äh, dann sind wir morgens losgefahren und haben anstatt sechs Stunden einfach elf Stunden für unsere Autofahrt gebraucht. Es war überall Stau, es war absolut lost. Gestern stand ich dann, äh, musste ich mich beim Einwohnermeldeamt in Köln, äh, musste ich dann langsam mal mich anmelden gehen in der Stadt. Ich saß fucking zweieinhalb Stunden oder drei Stunden da, bin sogar zwischendurch nochmal nach Hause gefahren und wiedergekommen, weil, äh, es so lange gedauert hat und im Endeffekt musste ich dann gehen, kurz bevor ich dran war, weil ein Gas-Wasser-Installateur zu mir nach Hause gekommen ist, sodass ich diese drei Stunden einfach komplett umsonst für diese Scheiße benutzt habe. Ja, aber guck mal, du hast anscheinend gar nicht dort, du hast nicht im Einwohnermeldeamt gewartet, oder? Du bist nur nach Hause gegangen, um zu warten und dann saßt du nochmal irgendwie ein paar Minuten da. Ja, also ich hab's zum Glück relativ schlau gemacht, so, dass ich wusste, okay, das wird jetzt lange dauern, ich hab die gefragt, wie lange das ungefähr dauert, die meinten so Stunde, anderthalb, da bin ich nach einer Stunde nochmal wiedergekommen und hab das gleiche dann nochmal gemacht und nochmal gemacht, aber im Endeffekt war's trotzdem halt für'n Arsch. Aber guck mal, Julia, sind alles nicht so schlimme Sachen, ist alles halb so wild und das bedeutet nicht, dass das Jahr jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Nö, überhaupt nicht. Es wird alles gut, Julia, ich versprech's dir und alles immer positiv sehen. Ich seh das auch gar nicht negativ, im Endeffekt seh ich das alles so ein bisschen komediantisch, weil es wirklich einfach so absurd ist, weißt du? Soll ich dir auch noch was ganz Absurdes erzählen, was mir für ne Scheiße passiert ist, auch im Hotel? Ja, erzähl. Boah, weißt du, was mir schon wieder für ne Scheiße passiert ist? Pass auf, wir waren ja an der Ostsee und auch über Silvester und ich war ja krank. Das hab ich ja in der letzten Folge noch erzählt, ne? Ich bin ja quasi krank an die Ostsee gefahren, da ging's mir auch noch richtig schlecht. Ich hatte sechseinhalb Stunden lang im Auto mörderische Kopfschmerzen, hab das ganze Auto voll geschnoddert, es war einfach nur alles ganz, ganz ekelhaft und am nächsten Tag war ich immer noch genauso krank, beziehungsweise sogar noch ein Stück kränker und ich hab dann zu Wolfgang gesagt, so, ich muss früh ins Bett, ich muss jetzt irgendwie mich gesund schlafen, ich kann jetzt nicht irgendwie auch noch lange wach bleiben, lasst uns bitte einfach 21 Uhr das Licht ausmachen und Schluss und es war halt so Freitagabend, so, weißt du, aber war mir scheißegal, wenn du krank bist, dann kannst du halt nicht mehr und Wolfgang war dann auch so, ja Alter, ich bin eh noch voll fertig, lass uns einfach pennen und dann gehen wir so in das Hotelzimmer um so, keine Ahnung, 19 Uhr und da ist wie so ein, genau neben den Zimmern nochmal so ein Aufenthaltsbereich mit so einer großen Tafel, mit so einem großen Tisch gewesen, ähm, wo noch nie jemand saß, weil wir sind öfter in diesem Hotel, wenn wir oben an der Ostsee sind und, ähm, und auf einmal saß diese ganze Tafel voll mit Rentnern, die mindestens 70 Jahre alt waren, also wirklich alte Menschen, wo du dir so darfst, naja, eine Viertelstunde halten sie noch aus, dann müssen die aber auch ganz schnell in die Haier und haben dort, haben dort aber gesoffen und so richtig wie in der Kneipe so, alle übelst am Lachen und am sich Geschichten erzählen, die hatten da auch so kurze stehen und also kurze, also die waren schon, die waren richtig gut dabei und ich dachte so, ja komm, die werden nicht so lange durchhalten und wir machen uns so bettfertig und lagen dann wirklich 21 Uhr im Bett und es kam so ein Lärm von diesen Leuten, Julia, ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, es kann doch nicht sein, dass mich jetzt Rentner als Ende-20-Jährigen an einem Freitagabend wachhalten. Das ist halt auch das Absurdeste daran, ne? Ja, wirklich. Den Ende-20-Jährigen halten die Rentner wach. Ja, wirklich, da dachte ich mir auch so, das muss, verstehen Sie, Spaß sein, das kann nichts anderes sein, das ist so hier komplett verkehrte Welt und dann wirklich, die haben einfach nicht aufgehört. Ich dachte so, hä, wann sind die denn mal müde? Die waren wirklich, Julia, die waren mindestens 70, da waren 90-Jährige dabei, ich schwöre es dir und die haben einfach nicht die Fresse halten können und irgendwann war dann so ein Geräusch erkennbar von wegen, okay, sie gehen jetzt aus diesem Aufenthaltsbereich weg, ne? Und ich dachte so, ein Glück, es waren zwischen so 22.30 Uhr und Julia, dann gehen die natürlich in das Zimmer von uns gegenüber. Also ich weiß nicht, wie viele, aber ein Teil davon ging in dieses Zimmer und da waren auf jeden Fall auch noch Leute drin, die nicht in dieses Zimmer gehören. Diese 70- bis 90-jährigen Rentner haben einfach Afterparty im Hotelzimmer gemacht? Genau so, die haben einfach Afterhour im Hotelzimmer gemacht. Ist das geil, ist das geil. Und dann haben die sich da wieder einen weggelacht, Julia, ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Und ich hab mich dann auch so reingesteigert, weißt du, kennst du das, wenn du dann eh schon so weißt, ich muss jetzt schlafen, ich muss langsam wieder gesund werden, ich brauche jetzt diesen Schlaf und dann kannst du nicht. Dann hab ich Regengeräusche angemacht, dann hab ich mit Wolfgang irgendwie geredet, um irgendwie wieder müde zu werden und so, aber es ging alles nicht. Und irgendwann hat dann Wolfgang gepennt und ich, aber nur so leicht und dann ist er irgendwie wieder wach geworden und hat sich umgedreht und in dieser Situation hab ich gedacht, so, ich nutze jetzt die Möglichkeit und hab Wolfgang rausgeschickt und hab gesagt, du klopfst jetzt bitte bei unseren Rentnernachbarn und sagst, die sollen die Fresse halten, es ist inzwischen 23 Uhr an einem Freitagabend und ich will einfach nur schlafen. Ist das geil. Ja, und dann hat Wolfgang da wirklich, obwohl er eigentlich schon geschlafen hat, hat er sich dann angezogen, hat da drüben geklopft und hat gesagt, ja, Entschuldigung, aber wir wollen gerne schlafen, könnten Sie bitte ein bisschen leiser sein? Und dann war Ruhe. So geil. Oh mein Gott, wie cool die sich aber bestimmt gefühlt haben. Die haben sich richtig in ihrer Jugend wieder zurückkatapultiert gefühlt. Ich dachte mir dann auch so. Das war bestimmt ganz toll für die. Vielleicht hab ich denen ja sogar einen Gefallen getan damit, dass ich mich da so geschwert habe drüber, damit sie sich wieder so mal jung fühlen können, so wie die Bad Boys und Girls. Ja. Um 23 Uhr einfach. So jede, jede 20-Jährige wird normalerweise, also alles wäre andersrum, da würdest, normalerweise würde ich mich richtig aufregen, wenn schon um 23 Uhr direkt die Leute sich beschweren, weil das ja echt noch eine humane Zeit ist an sich. Ja. Aber du. Was willst du machen? Auf jeden Fall war ich am nächsten Tag nicht gesund und der Tag, wo ich tatsächlich mich wieder so gefühlt hab, von wegen jetzt geht's bergauf, war der erste, erste, wo ich dann wieder eine sechsstündige Autofahrt nach Hause nach Köln hatte. Also das war auch alles einfach kacke. Also von daher, wir haben ähnlich ins neue Jahr gestartet. Ey, ganz ehrlich, aber Joey, das Jahr kann nur besser werden. Ist doch super. Genau. Wir starten tief, damit es einfach straight nach oben gehen kann. Genau. Und es wird nach oben gehen, weil ich flieg morgen nach Thailand und ich freu mich da so geisteskrank doll drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Das finde ich geil. Und ich geh jetzt zum Frauenarzt. Du gehst jetzt zum Frauenarzt und lässt endlich mal diesen Sprühschleim da irgendwie wegbehandeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Endlich meinen Sprühschleim los, ich kann nicht mal mehr reden. Morgen fliege ich dann gesund nach Thailand und es wird alles super. 2024 wird unser Jahr, Joey. Ich freu mich so krass drauf. Und jetzt wird hier gleich so ein Piepgeräusch kommen und dann ist auf einmal Julia wieder da vom Arzt und wir reden noch kurz drüber, was es mit dem Sprühschleim auf sich hatte und dann haben wir noch eine ganz, ganz wichtige und richtig geile Ankündigung, bevor wir diese Folge beenden. Und es ist jetzt ganz, ganz unbefriedigend für uns, dass wir jetzt irgendwie fünf Stunden warten, bis wir das Ende dieser Podcast-Folge aufnehmen. Aber Julia, da müssen wir jetzt durch, weil du musst ja jetzt zum scheiß Frauenarzt. Ganz genau. Du möchtest doch auch, dass ich meinen Sprühschleim loswerde, oder? Ja, genau. Und ich werde jetzt mal meinen Sprühschiss los. Ich habe oft genug auf deinen Sofa gesprühschleimt. Boah, Leute, bitte nehmt das nicht ernst. Das ist ein Witz. So, ich gehe jetzt. Bis bald. Viel Glück. So, es ist ungefähr sieben Stunden später. Es ist inzwischen dunkel geworden, Leute. Wundert euch nicht, falls ihr gerade das Video seht. Aber Julia ist zurück vom Sprühschleim inspizieren. Ja, ich hatte einen wunderbaren Frauenarzttermin. Ich habe meine Beine gespreizt. Der hat gesagt, es ist alles in Ordnung. War er in dir drin mit seiner Hand? Er war tatsächlich mit seiner Hand in mir drin. Mit Gummihandschuhen, aber. Crazy, ey. Das ist so verrückt. Nee, nicht mit Gummihandschuhen. Mit Latexhandschuhen. Gummihandschuhe. Stell dir mal vor, mit so gelben Putzhandschuhen. Ja gut, aber ist Latex nicht auch irgendeine Art Gummi? Ja, oder? Ja. Ja, trotzdem muss ich bei Gummihandschuhen irgendwie an diese gelben Putzhandschuhe denken, die so bis zum Ellbogen gehen. Aber waren es so weiße Latexhandschuhe oder so schwarze? Nee, blau. Blau? Mmh. Oh, habe ich noch nie gesehen. Spannend. Ja, krass, da musst du mal mitkommen. Nee, musst du nicht. Nee, das kannst du ruhig für dich behalten, Julia. Aber sonst musste nichts in dich reingesteckt werden oder sowas? Doch, auch dieser dünne Ultraschall-Dildo. Ja genau, dieser dünne Ultraschall-Dildo mit dem Kondom drüber, habe ich doch schon mal erzählt von, oder? Ja, aber er hat gesagt, alles sieht top aus da drin, kannst genauso weitermachen. Ganz genau. Ich musste noch Pipi machen, da muss ich nächste Woche gucken, ob ich Chlamydien habe. Ui, spannend. Gibst du uns da auch Feedback? Ja, total spannend. Ja, ich kann euch auch gerne Feedback geben, je nachdem, wie es ausgeht. Ich glaube, wenn ich es habe, dann weiß ich nicht, ob ich euch das erzählen will. Doch, Julia, das ist menschlich. Sexuell übertragbare Krankheiten sind, also das kann passieren. Man kann es zwar sehr gut verhindern, aber man darf sich auch nicht dafür schämen. Ich würde sagen, ich habe eigentlich alles dafür getan, dass es verhindert wird. Siehste. Von daher denke ich, dass es nicht der Fall sein wird. Und ich muss morgen früh nochmal hin und Blut abnehmen und dann guckt er, ob meine Akne, die ich im Moment habe, ich habe euch ja letztens schon erzählt, dass mein Gesicht im Moment übersät von Eichhörnchenangriffen ist, ob die hormonell bedingt ist oder nicht. Ah, das kann man herausfinden? Mhm, kann man. Also es könnte auch sein, dass es quasi stressbedingt ist oder sowas? Ja, es könnte stressbedingt sein, es könnte hormone, also ich weiß es nicht, was es ist. Kein Plan, aber also ja, morgen gucke ich mal nach, wa? Aber es ist inzwischen auch besser geworden, oder? Also ich meine, du bist jetzt auch gerade geschminkt, aber gestern habe ich dich ja auch gesehen. Ich bin nicht geschminkt. Oh ja, dann ist es auf jeden Fall besser geworden. Ja, es ist schon ein bisschen besser geworden, also doch schon, ja, deutlich, es ist deutlich besser geworden, ja. Ja, aber ich war jetzt die letzten Tage auch so im Urlaub und hatte so ein bisschen, ein bisschen Entspannung da. Vielleicht liegt, ich glaube, es ist wirklich Stress. Ja. Wäre auf jeden Fall einleuchtend. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich kurz nach dem Frauenarzttermin wirklich die Stresssituation meines Lebens, also es würde mich nicht wundern, wenn gleich irgendwie wieder tausend Pickel sprießen, weil ich kurz dachte, ich habe meinen Reisepass verloren. Oh nein. Mein Reisepass war nämlich nicht mehr in meiner Tasche drin und meine Tasche ist so ein bisschen sackig, das heißt, es könnte einfach da rausfallen. Mhm. Du hast den ja auch immer dabei, ne? Du nutzt den ja wie so einen Personalausweis. Ja, weil ich ja im Moment keinen Personalausweis habe, muss ich meinen Reisepass aktuell halt nutzen. Und dann bin ich wieder zum Arzt rein, dann habe ich nochmal auf dem WC geguckt, habe denen gesagt, die sollen im Untersuchungsraum gucken, habe im Laborraum nochmal geguckt, im Wartezimmer habe ich nochmal überall geguckt. Dann bin ich die Straße nochmal lang gegangen, zur Apotheke, weil ich dann noch ein Rezept abholen musste, habe unter jedem Auto geschaut und so, habe wirklich so eine Panik geschoben, weil ich ja morgen fliege und ich brauche ja meinen Reisepass, um dann wieder zurück zum Auto zu kommen und ihn auf meinem Sitz liegen zu sehen. Oh, du bist so nervig, du eher. Ja, wirklich, so nervig, ich habe so eine Panik geschoben, ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, aber es ist alles gut gegangen. Ja, du bist reif fürs Bett, würde ich sagen. Ab ins Nest jetzt gleich. Ich bin wirklich reif fürs Bett. Es ist zwar erst 17.24 Uhr, aber ist egal. Ja, aber ich kann nicht mehr, ich kann jetzt schon nicht mehr, der Tag ist für mich gelaufen. Ja, guck mal, pass auf. Gerade stand ich eine Stunde bei Ikea und musste an dieser komischen Scheiß-Kack-Kundenzentrum-Kacke da warten. Ja, dieses Rückgabescheiß-Kack-Ding, das hat mich auch so aufgeregt, weil die ganze Zeit irgendwelche Leute, die nach mir kamen, vor mir dran waren, weil die eine andere Nummer, eine andere Kategorie gezogen haben, da habe ich mir auch gedacht, fickt euch alle. Also wirklich, ich bin einfach, ich bin reif fürs Bett. Es ist auch, Julia, die dümmste Idee ever, kurz nach Weihnachten und Neujahr zu Ikea zu gehen. Du musst da wirklich ein paar Wochen verstreichen lassen. Ich weiß, sag das nicht mir, sondern sag das meiner Familie. Wirklich. Ich bin gerade wirklich kurz vor Faustschlag. Guck mal, da machst du dir jetzt eine richtig schöne heiße Wanne ein, lässt du dir ein und machst noch so ein bisschen so Badesalzgedöns da rein, so Wellbeing und Entspannung pur und dann geht es richtig geil in die Wanne, bis du dann so richtig heiß bist. Kennst du das, wenn du so zwei Stunden, oder naja, keine Ahnung, eine dreiviertel Stunde liegt man wahrscheinlich im Schnitt in der Wanne. Wahrscheinlich nicht mal. Boah, länger als 20 Minuten schaffe ich das nicht. Da kriege ich Aggressionen in der Badewanne auch. Aber du kennst das noch, wenn du dann so richtig heiß bist und dann kühlst du auch einfach nicht ab, egal wie wenig du anziehst und egal, wo du dann dich im Haus aufhältst, es ist einfach alles heiß. Und dann musst du dich kurz einfach so auf den Balkon stellen, um wieder irgendwie klar zu kommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das mache ich gleich. Nachdem ich wahrscheinlich gezwungen werde, mit meiner Schwester und meiner Mama zusammen die Ikea-Möbel noch aufzubauen, da kreut es mir auch vor. So, aber egal, irgendwann später werde ich es dann schaffen. So. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben noch eine ganz, ganz große Ankündigung vor. Jetzt kommt Werbung. Leute, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir haben auf jeden Fall im Podcast schon so undercover und kryptisch ganz, ganz viel darüber geredet. Ja, stimmt, wir haben schon richtig viel darüber geredet. Die ganzen Poppy-im-Fitnessstudio-Stories sind während eines... Ja, die Poppy ins Fitnessstudio gekackt hat. Ja, die sind während eines Projektes entstanden, was wir jetzt endlich lüften können. Leute, Poppy hat nicht nur ins Fitnessstudio gekotzt. Sie hat auch gekackt. Hat sie gekackt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, stimmt, sie hat nur gekotzt. Du hast recht. Ich habe in Erinnerung gehabt, sie hat gekackt. Aber sie hat auf jeden Fall auch auf die Schildergasse gekackt vor dem Fitnessstudio. Also Leute, es war ja... Genau, wo dann noch diese Zuschauer kamen. Daran erinnere ich mich noch. Das hast du auch erzählt. Leute, es war auf jeden Fall die Hölle los im Fitnessstudio. Es hat aber auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und es hat jetzt auch wirklich ein paar Monate gebraucht, dieses Projekt fertigzustellen. Aber es ist soweit, Julia. Wir sagen das jetzt auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Ja, aber was sagen wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Womit fangen wir denn an? Okay, also, wir haben unser eigenes... Jimondo-Fitnessprogramm. Jimondo-Fitnessprogramm. Das hat ja richtig gut geklappt. Leute, wir haben unser eigenes Fitnessprogramm zusammen mit Jimondo erstellt. Und wir freuen uns so, so krass darüber, euch endlich davon erzählen zu dürfen. Es ist endlich online auch schon. Und wie heißt es, Joey? Es heißt Crazy Fitness Dates mit Julia und Joey. Und das ist es quasi auch. Aber warum? Ja, wir gehen quasi auf Dates mit zehn verschiedenen Fitnesstypen. Also wirklich, wir gehen auf Dates mit Typen. Und finden dabei heraus, mit euch zusammen im besten Fall, was für uns der beste Workout-Typ ist. Und was uns am meisten Spaß macht. Also im Endeffekt gehen wir auf Dates mit verschiedenen Sportarten. Wir haben zehn verschiedene, ungefähr 20- bis 30-minütige Workouts gefilmt für euch. Und jedes Workout beinhaltet eine andere Sportart. Wir haben super viele verschiedene Sachen gemacht. Wir waren am Boxen. Wir haben Ballett gemacht. Wir haben Crossfit gemacht. Wir haben getanzt. Wir haben Aerobic gemacht. Wir haben Yoga gemacht. Pilates. Wir haben alles gemacht, Julia. Ja, alles. Wirklich. Es ist wirklich von A bis Z so unfassbar viel dabei. Es sind super viele verschiedene Sachen. Und wir fanden das mega, mega cool, dieses Konzept. Weil ich hatte auch richtig lange das Problem, dass ich keine Ahnung habe, welche Sportart mir so richtig Spaß macht. Welche Sportart mir liegt. Und man kann ja aber auch nicht einfach so zu, also ich meine, kann man schon zu jedem Verein gehen und alles mal so austesten. Aber das ist ja so unfassbar aufwendig. Und das würde ich zum Beispiel gar nicht schaffen. Und deswegen ist es mega cool, dass man jetzt einfach sein Programm für zu Hause hat, wo ihr wirklich mit zwei Klicks einfach die ganzen Workout-Typen testen könnt. Das Coole ist vor allem. Mit uns zusammen. Das Coole ist, ihr werdet richtig ins Schwitzen kommen, Leute. Und ihr werdet uns das auch ansehen. Alter, wir haben so geölt nach jedem Workout, ey. Es war so geschwitzt. Es war so krass. Wir haben, als wir die Videos jetzt selber das erste Mal gesehen haben, wir haben die nämlich bisher selber nur gesehen, seitdem sie online sind. Leute, ich habe mich so erschrocken, wie krank wir geölt haben. Also ich habe das ja gespürt und auch nachher im Spiegel gesehen. Aber Alter, mein lieber Scholli, habt ihr geschwitzt? Wir sahen schon fertig aus. Aber ey, Leute, ihr werdet nicht nur viel schwitzen, sondern ihr werdet auch eine Menge Spaß haben. Wir haben so lustige Momente da die ganze Zeit währenddessen gehabt. Leute, ihr müsst euch das auch so vorstellen. Wir haben die ganze Zeit mit unserem Trainer so Quatsch gemacht, haben denen auch so ein bisschen in den Arsch getreten. Und wir haben wirklich so richtig die Sau rausgelassen während dieser Workouts. Und das Coole ist halt auch, da ist halt nicht nur Jolt dabei, also Julias Tanzpartner von Let's Dance, von dem wir hier schon irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden insgesamt geredet haben. Sondern eben auch Miri, meine Fitnesstrainerin, mit der haben wir auch Workouts zusammen gemacht. Die ihr dann auch mal kennenlernen könnt. Genau. Wie cool. Also es ist eigentlich so richtig, also gerade für euch da draußen und wenn ihr vor allem auch Bock auf Sport habt, ist es so richtig, richtig cool, glaube ich, sich das anzugucken und mitzumachen. Ja. Ihr macht quasi mit uns zusammen Sport. Das fühlt sich halt legit so an. Deswegen ist es auch so crazy für uns, diese Workouts selber zu machen, weil es fühlt sich so an, als würden wir mit uns, weißt du? Ja, ja, ja. Dass wir mit uns selber Sport machen, das ist total crazy. Ich habe auch schon gestern mit mir zusammen Sport gemacht, Julia. Ich bin richtig abgegangen. Ja, ich auch. Ich habe Aerobic gemacht. Was hast du gemacht? Aerobic natürlich. Na klar. Das hat halt auch so Bock gemacht. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall richtig, richtig stolz drauf. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt. Es gibt auch gerade ein richtig geiles Angebot bei Gimondo, denn mit unserem Code FITNESSDATES2024 findet ihr natürlich auch nochmal alles in den Shownotes, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Könnt ihr bei Gimondo für monatlich 3,33 Euro ein Abo abschließen und das für das gesamte Jahr. Also es ist ein richtig, richtig guter Preis. Guck mal, 3,33 Euro, Alter. Das ist dann nix im Monat. Das ist echt nicht viel. Und vor allen Dingen könnt ihr nicht nur unsere Workouts machen, sondern halt das ganze Programm von Gimondo nutzen. Es gibt so unfassbar viele verschiedene Workouts. Und Workout-Programme und auch ganz viele Rezepte und sowas. Also es gibt nicht nur Workouts, sondern wirklich, die App hat sehr, sehr, sehr viel zu bieten. Also schaut es euch unbedingt mal an. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr unser Workout ausprobieren würdet. Und gebt uns auf jeden Fall auch Feedback dazu. Ich brauche Feedback. Ich auch. Weil das ist ja das Problem. Wir brauchen DMs, Julia. Ich brauche DMs, wo Leute sagen, wie sie unsere... Ich möchte auch DMs haben. Ich möchte auch wissen, ob ihr euren Workout-Typen gefunden habt. Was euch am meisten Spaß gemacht habt. Was ihr cool fandet. Was ihr scheiße fandet. Weil es gab auf jeden Fall auch Workouts, die mir absolut nicht lagen. Und es gab auch Workouts, die Joey absolut nicht lagen. Und ich sage mal so, man hat es uns angesehen. Also Leute, falls ihr ein Workout aussetzen wollen würdet, dann macht am besten das Dance-Workout nicht. Weil das ist ganz, ganz peinlich für mich. Leute, macht das. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte macht das. Leute, ihr solltet es dabei. Ihr müsst es machen. Ja, das stimmt. Es war so witzig. Ja. Geil. Werbung Ende. Leute, checkt es mal aus. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr das machen würdet. Ich habe dich ganz doll lieb, Julia. Aber ich muss jetzt auch dringend los. Es ist schon spät und du musst ja auch in die Wanne. Warum hast du eigentlich noch deine Jacke an? Weil ich direkt aus dem Auto mich hier hingesetzt habe, weil ich Angst vor dir hatte, dass du mich sonst schlägst. Und ich könnte es verstehen, weil ich habe diesen Termin jetzt hier so oft nach hinten verschoben, weil ich immer noch nicht zu Hause war. Es tut mir leid. Ich habe dich ganz doll lieb. Bitte hasse mich nicht. Und wir sehen uns nächste Woche. Wir haben gerade schon über WhatsApp ausgemacht, dass wir jetzt jede Woche für die nächste Woche schon einen festen Termin vereinbaren, der auch nicht mehr verschoben werden kann. Von daher, jetzt ist alles gut, Julia. Hab dich lieb. Okay. Knutschi. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.